Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Heute geht es darum, wie du deinen Livestream-Chat, also Twitch-Chat oder YouTube-Chat, in deinen Stream einbindest. Also beispielsweise so hier am Rand. Ich zeige das Ganze hier jetzt mit OBS und Stream Elements. Das sind die zwei Programme, falls sie dir nichts sagen, ist sowieso egal. Und ich zeige euch einfach, wie ihr diesen Chat komplett individuell anpassen könnt und dann in OBS reinkopieren könnt und dann hier eben angezeigt wird, wenn euer Chat irgendwelche Nachrichten schreibt und die dann gleich hier in eurem Stream, in eurer Textgröße, in eurem Format, wie auch immer in eurem Design, diese Chatbox eingeblendet wird und das Ganze Schritt für Schritt einfach erklärt und so schnell wie möglich. Also los geht's. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal solltet ihr überhaupt euren Chat in euren Stream einblenden und die Antwort ist ganz, ganz klar Ja. Denn wenn ihr euren Chat groß einblendet, wie ich das jetzt, Entschuldigung, hier getan habe, dann wird die Chat-Aktivität in eurem Stream steigen, denn eure Zuschauer sehen gerne, wenn ihre eigene Nachricht groß präsentiert wird und für alle groß sichtbar im Stream gezeigt wird. Und aus diesem Grund würde ich wirklich jedem Streamer empfehlen, den Chat einzublenden. Das machen sowieso die größeren Streamer. Und deswegen blendet das einfach euren Chat ein. Das ist ein sehr einfacher Weg, wie ihr vor allem mehr Chat-Aktivität, aber auch mehr Zuschauer kriegen könnt. Also nachdem die Frage geklärt wäre, also würde ich sagen, beginnen wir gleich mit dem eigentlichen Tutorial und los geht's. Erstmal müssen wir auf die Webseite streamelements.com und uns dort einmal einloggen und dann hier einfach auf Go to Dashboard klicken. Sobald wir dann hier auf dieser Dashboard-Seite angekommen sind, sehen wir, dass wir hier am Rand die Streaming-Tools auswählen können. Dann gehen wir hier zu My Overlays und gehen hier auf New Overlay, also Neues Overlay. Dann klicken wir hier einmal das Ganze, müssen wir das Ganze da einmal auf unsere Auflösung stellen, also die Auflösung, die unser Streaming-Ausgang hat. Da ist es jetzt in meinem Fall auf 1080p gestellt. So ist auch mein Streaming-Ausgang. Das müsstet ihr einmal so einstellen wie ihr das habt. Vielleicht habt ihr auch 720p oder sonst was. Bei mir ist es jetzt bei 1080p und dann drücken wir hier auf Start. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir hier unten quasi nur noch einmal auf das Plus klicken, Streaming-Tools und dann hier auf den Streaming-Chat. Und dann können wir hier schon sehen, wir haben hier eine wunderbare Chatbox und die können wir mal gefühlsmäßig so hinziehen, wie wir sie von der Größe her ungefähr haben wollen. Aber das passt mir nachher noch an, dass das mit den Randabständen genau passt. Aber erstmal können wir hier das gefühlsmäßig hinziehen und dann gehen wir auch schon in die Settings von diesem Chat und da können wir erstmal einstellen, welches Design wir haben wollen. Da nehme ich jetzt das Custom-Design, da kann man dann nachher mir einstellen. Das lasse ich jetzt einfach mal auf Custom, solltet ihr auch so einstellen. Dann Show-Message, also die Nachrichten permanent anzeigen, das würde ich nicht anhaken, sondern ich würde das hier hochstellen auf 120 Sekunden, das ist leider das Maximum. Denn andernfalls kann das verwirren, falls 20 Minuten alte Nachrichten zu Themen, die gar nicht mehr im Stream besprochen werden, zu der Zeit noch im Chat zu lesen sind und sich dann neue Zuschauer wundern, was das für Nachrichten sind. Das Chat-Delay würde ich einfach ausschalten, das bringt euch nichts, euer Chat hat wahrscheinlich schon genug Delay, das lasst ihr einfach auf Null. Und dann könnte ich hier die Background-Color wählen, da nehme ich jetzt mal einen Schwarz und stelle das auf halbe Deckkraft ungefähr und dann gehe ich hier auf Select und dann seht ihr, der Chat wird hier wunderbar durchsichtig schwarz so ein wenig. Hier können wir dann die Größe und die Position des Chats auswählen. Da müssen wir uns erstmal um die oberen Werte kümmern, die runde ich jetzt einfach mal auf. Ich bin hier gerade bei 480, da stelle ich einfach hoch auf 500 und hier drüben bei 43 mache ich einfach 40 draus, dann ist das nachher zum Rechnen einfacher. Darunter sehen wir die Abstände und wenn wir das Ganze hier, wie bei mir, auf 1040 steht, die Chat-Größe und euer Overlay ist 1080 groß, müssen wir das hier eben auf 20 stellen. Denn wenn wir nach oben und nach unten 20 Abstand haben und das zu diesen 1040, die der Chat an Pixeln hoch ist, dazu rechnen, kommen wir genau bei 1080 raus und das ist ja dann eben die Höhe unseres Overlays. Das hier habe ich jetzt nochmal angepasst auf 500 gestellt, dann denke ich, ist das noch einfacher und mir gefällt das auch besser, weil eine Breite von 500. Das nächste, was wir machen müssen, ist hier den Abstand nach links einzustellen. Falls ihr euren Chat auf der linken Seite haben wollt, könnt ihr hier einfach 20 eingeben, dann habt ihr den gleichen Restabstand zu allen Seiten und das ist dann schon gut. In meinem Fall ist das etwas komplizierter, ich möchte das Ganze rechts haben. Dann muss ich dann einfach einmal von den 1920, die unser Overlay groß ist, die 20 abziehen, die ich als Abstand haben möchte, dann bin ich bei 1900 und dann muss ich noch 500 abziehen, dann bin ich bei 1400 und das kann ich dann einmal hier eingeben. Und eine Sache ist es jetzt noch, die wichtig zu erwähnen ist, ihr dürft hier, wenn ihr an diesen Werten hier mit den Abstandswerten arbeitet, nicht vergessen, dass ihr dieses Px nicht löschen dürft. Das kann man nämlich versehentlich löschen und dann werden die Werte hier nicht mehr automatisch abgeglichen. Nichtig zu erwähnen, weil wenn man das nicht weiß, kann das ganz schön verwirren, deswegen achtet darauf, dass ihr hier nicht dieses Px weglöscht. Hier könnt ihr dann die Deckkraft eures Chats ändern und die lassen wir im Normalfall über 100%, weil sonst ist der Chat nicht lesbar. Darunter gibt es noch die Rotation, also wie euer Chat verdreht sein soll, aber die lassen wir auch aus, denn sonst sind die Nachrichten auch spiegelverkehrt. Dann gibt es hier die Textsettings, die gehe ich jetzt nicht so genau durch. Hier könnt ihr einmal einen Textstil wählen, hier könnt ihr euch natürlich frei entscheiden, aber es sollte halt etwas klar lesbares sein. Ich nehme jetzt mal das hier, dann könnt ihr die Textfarbe wählen, ich nehme jetzt mal weiß, weil ich ja so einen leicht schwarzen Hintergrund gewählt habe. Dann könnte man hier jetzt noch mehr Textarten wählen, das brauchen wir jetzt nicht. Und die Größe, die würde ich an eurer Stelle immer zwischen 22 und 30 oder zwischen 22 und 28 einstellen. Ich stelle es jetzt mal auf 24, das passt von der Größe her, das ist jetzt nicht relevant hier. Dann können wir einstellen, auf welcher Seite der Chat bündig sein soll. Ich glaube, das lasse ich mal auf der Seite. Dann können wir einstellen, ob der Chat kursiv, fett oder auch unterstrichen sein soll oder ob sogar alles in Großbuchstaben dort stehen soll. Und um das zu testen, wie das Ganze aussieht, können wir hier einfach einmal in OBS irgendeine Testnachricht schreiben. Die muss jetzt auch nicht sinnvoll sein. Und dann sehen wir, wie das hier eingeblendet wird. Das würde ich jetzt hier auf fett stellen bei dieser Textart, aber das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Dann gibt es noch das hier, das würde ich unbedingt auf dieser Seite stehen lassen, denn sonst sieht das irgendwie komisch aus. Das ist eben das Moderator, das VIP oder das Streamer-Zeichen, das ihr hier habt. Das hier eingeblendet wird, dieses Symbol, diese Kamera jetzt in meinem Fall. Und wenn die auf dieser Seite eingeblendet wird, sieht das einfach komisch aus. Das kann man auf dieser Seite lassen. Und dann gibt es hier noch die Farbe für die Umrandung. Da mache ich jetzt mal nichts. Das könntet ihr machen, wenn ihr wollt. Braucht ihr aber natürlich nicht. Und wenn ihr dann zufrieden mit eurem Overlay seid, nämlich mehr gibt es hier gar nicht zum Einstellen, könnt ihr einfach hier einmal auf Save klicken und an dem Ganzen einen äußerst sinnvollen Namen geben. Habt ihr euer Overlay jetzt abgespeichert, könnt ihr hier einfach einmal auf Copy Overlay URL klicken, hier oben in der Ecke. Und dann ist das Ganze in eurer Zwischenablage abgespeichert. In eurem OBS müsst ihr nur eine Quelle hinzufügen. Ihr wählt da die Browser-Quelle und klickt dann einmal auf OK. Und dann könnt ihr hier einmal als Text hier einfach den eben kopierten Text eingeben. Dann müssen wir noch die Breite verändern. Die müssen wir in meinem Fall jetzt auf 1920 stellen. Je nachdem, wie groß ihr das eben vorhin eingestellt habt, also beziehungsweise wie groß eure Streaming-Auflösung ist, müsst ihr das dann eben anpassen. Und dann könnt ihr hier eigentlich noch einige Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Die lasse ich jetzt mal alle auf Aus. Dann passt das Ganze. Falls ihr euch da auskennt, könnt ihr gerne andere Sachen machen. Aber die meisten Einstellungen davon würden das eher negativ beeinflussen, hier in der Kommandozeile gerade. Lasst das einfach mal so. So funktioniert das. Und wenn ihr das dann fertig eingestellt habt, klickt ihr auf OK. Und dann seht ihr, erscheint hier schon so ein dunkler Balken, welches eben der Chat ist. Aber dieser Chat war gar nicht für diese Szene gedacht, sondern ich kopiere mir den einmal in eine andere Szene. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne diesen Kanal. Falls ihr Probleme damit hattet, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Wir öffnen euch dort gerne weiter. Und ihr könnt auch gerne auf eines der anderen Videos hier klicken. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr eure Kamera in OBS als andere Form einblenden könnt. Also wie ihr die umformen könnt mit einer Bildmaske. Das ist auch ein spannendes Video für euch. Hier habe ich euch noch ein Video von einem anderen Kanal verlinkt, nämlich der Tech Brothers. Ist ein cooler Kanal. Schaut das Video auf jeden Fall mal an und abonniert deren Kanal. Und hier könnt ihr nochmal final unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war es auch schon mit diesem Video. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik